Ich möchte mich zuerst einmal bedanken, sowohl bei meiner Rechtsanwältin Dr. Wagner, ich möchte mich bedanken für all jene, die gekommen sind heute, um der Verhandlung beizuwohnen. Leider war es für fast niemanden möglich, der Verhandlung beizuwohnen, weil kurzfristig der Richter die Verhandlung verlegt hat in einen anderen, sehr kleinen Saal und deswegen hat fast niemand von den 35, 40 Personen, die gekommen sind und nicht einmal alle Medienvertreter teilnehmen können an dieser Verhandlung. Dieser Prozess war ein politischer Prozess. Das Urteil war, dass ich zu einem halben Jahr bedingte Strafe verurteilt wurde. Meine Rechtsanwälte und ich werden dann auch besprechen, wie wir darauf reagieren werden und ob wir dagegen vorgehen werden. Auf jeden Fall, das war ein politischer Prozess. Die Aussagen der Staatsanwaltschaft haben das auch ganz eindeutig gezeigt. Sie hat immer wieder darauf verwiesen, das schlimmste Massaker an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Mein Video würde zu neuen Antisemitismus anstacheln, würde zu auffordernden terroristischen Straftaten zu begehen und so weiter und so fort. Der Richter ist dieser Argumentation nicht gefolgt. Allerdings hat er mich verurteilt, weil ich dieses Video nicht wieder gelöscht habe. Meine Argumentation war, dass ich dieses Video deswegen nicht gelöscht habe, weil ich mich zu seinem Inhalt, nämlich der Unterstützung für den palästinischen Befreiungskampf, bekenne. Und das werde ich auch immer tun. In diesem Sinne, dieser Prozess war ein Versuch, die Pro-Palästina-Bewegung zu kriminalisieren. In dem Fall hat er es mich getroffen, aber in Wirklichkeit richtet sich das gegen alle Aktivistinnen und Aktivisten dieser Bewegung. Ungeachtet, wie dieser Prozess letztlich enden wird, ich und viele andere, daran habe ich keine Zweifel, werden weitermachen für Palästina, für seinen Widerstand, für die Freiheit. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.